Los geht's, ich bin gespannt. Hand and brain. Seid ihr ready? Matze, seid ihr ready? Matze, bist du ready? Ja. Dann sag ich mal allen völlig überraschend sensationellerweise Bauer. Wenn du Springer gesagt hast. Wie, ihr habt euch vorbereitet, Bauer. Dann kriegt die Krise. Springer. Wie, ihr habt euch vorbereitet. Matze. Springer. Ich weiß, du war Springer C3. Äh, Läufer. Na gut. Na gut. Was hättest du gern? Ja, ich warte gleich. Spann dich mal. Du, mach mal eine Zeit läuft hier, ne? Springer. Okay, Springer, komm. Das geht's doch mal nicht. König. König heißt dann Ruhade. Ja, genau. Läufer. Ja, für Johnny halt. Bauer. Jetzt schwitzt er. Jetzt weiß er schon nicht mehr, was er spielen soll. Doch, ich weiß. Ich überlege gerade nur, was ich spielen soll. Worüber denkt er danach? Okay, okay. Weiß ich nicht. TWG hilft dir. Ich weiß nicht. TWG, es gibt hier zwei Züge. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Aber ich glaube... Du merkst schon, wir gewinnen hier über Zeit. Immer schön schnell koin. Wir ziehen das hier durch. Also zwei Partien sollten wir schaffen. Der nächste Gast ist um 18.30 Uhr. Sollten wir schaffen. So, ich sage hier König. Bauer. Da bin ich ehrlich, würde ich verzweifeln. An Bauer. Warum? Nein. So. Bauer. Ich glaube, wir sind noch gut. Bauer. Bauer. Ach stimmt, jetzt muss ich wieder an die Schiene rein. Okay. Sag was Gutes, Guni. Bauer. Ah, der TWG ist gefordert. Ach, was war es gefordert? Äh, Bauer. Diaco Pianissimo. Ja, das ist italienisch. Ja, ja. Bauer. TWG und Guni sind schon hart. Nennen die Kollegen ständig Bauer. Ja, sind sie auch. Äh, Bauer. Ja, wir wollen gewinnen. Ich habe schon lange kein Hand and Brain mehr gespielt. Das ist lustig. Oh, Bauer. Gaming ist total überfordert mit dem Spiel. Nee, es ist jetzt die Frage, ob Keule oder vernünftig. Ja? Das ist immer die Frage beim Schacht. Ja, ja. Das ist immer die Frage. Keule oder vernünftig. Na gut, dann machen wir den. Keule oder... Was ist das denn? Das ist immer die Frage, Chad. Keule oder vernünftig. Das ist die Frage im Schacht. Natürlich, selbstverständlich. Äh... Ja, das ist schon doof. Da wollte ich was anderes sehen, lieber Matze. Aber egal. Passt schon. Machen wir Bauer. Ja, Läufer, ne? Läufer. Wenig überraschend. Du musst schneller spielen. Wir haben weniger Zeit, du. Ja, aber Johnny, der wird auch noch in die kritischen Situationen kommen. Da verlasse ich mich drauf. Wir sind halt beide noch lang. Ja, der Johnny, der spielt auch... Aua. TWG, der Johnny spielt auch wie ein Meister hier. Ja. Ja, aber sehr aggressiv auf jeden Fall. Wie immer. Ja, ja. Das klingt mir gut, ne? Schön an der Außenline. Erstmal wie bei LOL, ne? Wobei, du bist ja ein Midlaner, sagst du immer. Außenlinie-Midlaner, okay. Er ist ein Midlaner bei LOL. Erzähl alles, weißt du. Läufer. Ähm, machen wir mal den. Bauer. Johnny, mach mal einen Fehler. Ja. Äh, nee, danke. Aber nicht zu sagen. Chat, ich wollte natürlich, dass er... Läufer. Na gut. Läufer. Machen wir es mal so. Läufer? Ja. Bauer. Äh, Läufer. So ein bisschen auch über Zeit kommen hier, ne? Bingen die beiden. Ja, hast schon recht, aber... Bitte nächst mal mit Kanal, bitte. Stimmt, bei der nächsten Spot, die können mit Kanal, bitte machen. Läufer? Jaja, Busiesta, stimmt. Ich wollte... Läufer. Okay. Ja, der... Naja. Naja. Ich wollte kein A5, B5... Ich wollte auch kein A3, Tim WG. Ja, ja gut. Oh, ist das gut. Ja, ich... Ich, ich, ähm... Ich setze komplett darauf, dass Matze einfach hier die Zeit... Äh, Bauer. Ablaufen lässt. Er schlägt. Ja, Wahnsinn, er schlägt, der ist ja Wahnsinn. Ja, ja, das ist ja Wahnsinn. Kompletter Mund. Springer. Da haben wir gerade eine Sekunde verloren, will ich hier sagen, ne? Da will ich ein bisschen mehr Fokus. Ja. Schnell spielen, ne? Die Fokushose. Die Fokushose. Ja, das ist gar nicht so leicht hier. Sag mal. Dame. Du hast dich versprochen. Kannst du das nochmal wiederholen? Dame, jetzt mach schon hin. Nee. Das stimmt, Schabprofi, ne? Was du schreibst. Das machen wir mal machen. Grüß dich, Chris. Hayabu. TBG, hast du schon mal Head & Brain gespielt im Stream? Bei dir, so? Ja, klar. Früher mit, wenn ich Gäste hatte, so, ne? Elisabeth oder Anna oder, ähm... Das haben wir ganz... Das letztes Jahr haben wir das häufig gespielt, so, wenn Gäste da waren. Aber das ist schon eingeschlafen ein bisschen. Eigentlich müsste man auch sowas wie ein Hand & Brain Turnier mal machen. Ja, ne? Ja, ja. Das ist aber super lustig. Ja. So, Guni. Internationale Subbattle gab es schon mit Ball mit Anna, schon zweimal. Und die ist auch nachher zu Gast um 18.30 Uhr. Oh, Guni, nervös. Nee, nee, nee. Ich muss aber kurz nachdenken, Mann. Aber die Stellung ist ein bisschen so... Man weiß nicht so richtig, was er machen soll hier. Diese gemurrerten Stellung sind aber auch... Na? Ja, Arme. Arme. Ich glaube, die fünf Sekunden, die wir denen hier extra gegeben haben, die beißen uns, weißt du? Warum? Stell dir vor, das wären nur zehn Minuten, wie die jetzt schon am Ölen wären. Du siehst, was er gemacht hat, ne? Ich sehe, was er gemacht hat. Ich sag mal... ...Turm. Matze ist der Aggressive Leader. Ja. So, Guni. Mach mich glücklich. Der Johnny, der spielt da auf, du. Ja. Ja. Er ist ein starker Spieler, hallo? Ja. Wir wurden ganz viele Clips geschickt, wo du gesagt hast, und dann haben wir Johnny in der Runde garantiert der schlechteste Spieler. Wow. Da wollte ich nur noch mal darauf zurückkommen. Ja, wie geil. Das wird direkt weitergeschickt. Ich konnte da nur leider nicht mehr absagen. Äh. Hier kann man doch bestimmt irgendwo... Stell dir still. Hat Go, Hat Go. Du sollst jetzt mal überlegen. Hat Go nicht schon was gesagt. Du sollst dir mal schöne Unterhaltung führen. Was war denn als Frühstück da? Gunnar. Gunnar. Gab's Orangensaft lecker? Ich heiße nicht Gunnar, und zum Frühstück gab's noch Marmeladentoast. Marmeladentoast? Wer isst denn sowas? Wer isst denn sowas noch heutzutage, ey? Ja, ich, ey. Marmeladentoast? Das hört sich ja so nach, äh... Ist doch geil, oder nicht? Aber ein Tourstreit. Krankenhaus, billigstes Fressen, so ungefähr Marmeladentoast. So hört sich's an. Alter. Alter. Jawohl, jetzt... Aber die Zeit tickt ja, Gott sei Dank. Ja, ja, ähm, ich sage... Wer isst du überhaupt, Toast? Komm, erzähl doch hier nochmal eine Geschichte. Ihr habt doch gar nicht viel Vergangenheit. Da können wir doch nochmal ein bisschen was ausrechnen. Scheiße, Toast ist doch echt kein Match mehr. Wo kauft man denn sowas überhaupt? Matze Bauer. Ja, danke. Ähm, okay. Bauer. Wo kauft man denn sowas überhaupt? Das Riet X schreibt schon, Toast mit guter Markelschmerlade ist... Genau, genau. Wobei, ich bin ja auch ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr diese Knack- und Backbrötchen? Bauer. Knack- und Backbrötchen. Hä, die sind hammerlecker. Hammerlecker. Ja, warte, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt entsteht langsam, äh, Feindkontakt. Feindkontakt. Mit Nutella? Äh, hör genau zu jetzt. Hör genau zu jetzt hier. Hm. Das gefällt mir nicht so gut. Also ich hab jetzt zugehört, aber viel passiert ist nicht. Nee. Kommt noch was? Ja. König. Ja. Turm. Man darf auch keine Tipps geben, ne? Ähm, ich sag, ähm, ach Gott. Lord Neil sagt's auch, Toast kann schön geil sein. So ist das. Ja, also ich finde, man sollte da so Lebensmittel nicht immer so schlecht reden. Ich würde so eine Diskussion jetzt hier nicht weiterführen, da gibt's Bedingtzeiten. Springer, 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 Springer. Alles Taktik, Johnny, alles Taktik. So, Springer gesagt. Springer, Springer. Ja, ja, hab ich gehört. Mein Gehirn versucht das jetzt umzusetzen. Bis hierhin wehrt es sich vehement. Na, jetzt genau das merke ich, ja. Ich hätte nicht so lange warten sollen. Ja. Du hast nämlich komplett vergessen. Naja, Turm. Zack. Oh, Springer weg, Situation, Tübingi. Ja, ja, ganz überraschend. Ich hätte nicht so lange warten dürfen. Ja, dann geht auf meine Kappe. Äh, Springer. Das holen wir locker auf. Ja, das hat sich bestreicht sich aus. Das holen wir ganz locker auf. Ganz locker. Zwischen Springer hast du gesagt, ne? Ja, ich sag Springer, ja. Schwierig. Finde ich nicht. Das glaube ich dir. Hey, Johnny. Ja. Taktik. Da geht er wieder zurück. Okay. Joa. Dame. Dame. Ja. Wo müsst ihr denn hin damit? Das überlasse ich dir. Ich hätte jetzt ein, zwei Zül gesehen, aber Dame. Okay. Das holen wir noch auf Zeit. Wir müssen jetzt ganz schnell spielen. Das ist gar kein Problem. Wie gerade bemerkt, mache ich dann ja Gott sei Dank keine Fehler. Dessen länger wir überlegen, desto problematischer wird. Ich muss schnell was sagen. Ich muss schnell was sagen. Das ist natürlich jetzt irgendwie in der Gesamtheit schwierig, ne? Ja, ist egal. Ich hätte nicht Bauer sagen sollen, aber ist egal. Es stellt nichts an. Da gibt es ein bisschen Auswahlmöglichkeiten hier. Bauer? Das gehört, Matze? Oder? Ja, ich überlege gerade. Lass ihn doch mal nachdenken. Du siehst auf den angesteckten Gesichtsaustrund. Matze, was hast du dir gegessen heute? Was sagst du? Komm, so ein bisschen Multitasking. Bauer, Bauer, Bauer. Was hast du dir gegessen heute? Matze, sei still, Matze. Nicht antworten. Springer. König. Hat nur ein Feld. Das erhöht den Druck Gott sei Dank gar nicht. Naja, erhöht es auch nicht. Springer. Dame. Moin. Dame. Alles noch im grünen Bereich. Ah. Ah. Nutella-Toast ist sehr leckerfeurig. Aber ich bin tatsächlich nur freund, wenn da der Toast dann noch heiß ist. Was hast du denn jetzt gegessen? Schöner Zug. Gleichfalls. Matze. Ja. Lass dir Zeit, Guni. Wo kaufst du deinen Toast immer ein? Gibt es so einen lokalen Toast-Shop? Ja. Da fällst du ganz viele. Nein, seit wann? Ach, ich hab Guni, meinte ich. Irgendwo im Rewe oder so. Gibt es da echt noch Toast? Was hast du denn gegen Toast? Ist doch in Ordnung. Nein, ich fand es so lustig, wie Cedo geschrieben hat. Wer isst denn heutzutage noch Toast? Matze? Turm. Dafür hat er ewig gebraucht. Turm, sagt er. Nein, aber man kann ja mal kurz hingucken. Ebenfalls Turm. Anders Dipp, danke dir für den Zapp. Danke dir auch für die lieben Glückwünsche. Anders Dipp. Viele Grüße von Onkel Günther. Mach weiter so. Wer ist Onkel Günther? Günther Piasecki. Danke dir, mein Lieber. Ist das eigentlich eine Zeit, an der wir selber spielen dürfen? Ja, nein. Nee, bei Plus 5 eigentlich nicht. Okay. Deswegen hab ich ja Plus 5 gesagt damit eigentlich. Guni? Ja, ähm. Lass ihn nochmal. Springer. 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 Dame. Turm. Oh, Dame. ab zurück nicht so jetzt macht keine hinweise nix zurück soll das ich sagte jeder weg mit einer dame von dem feld ich hatte gehofft dass sie das machen dass matze das macht aber dass er den macht das überrascht mich für seine spielstärke ich hätte er den erwartet und dann hätte ich sieben weiß ich nicht sag gar nichts und gunny und gunny hat seine spielstärke gerade auch bestätigt dass er den ich gesagt hat aber ich habe auch meine spielstärke bestätigt wobei ich habe damit gesagt ich musste dame sagen die hätte dahin gewusst eigentlich aber gunny weiß gar nicht mehr von der rede ist gerade doch doch tmg aber als ich ausgesprochen habe ich hab das schon gesehen als zu spät der war eine schöne wobei der zug ist ja auch in ordnung völlig in ordnung ja ist es auch angefühlt zu setzen muss ich sagen ja der hätte noch ein weiter nach rechts gekonnt ja da habe ich auch überlegt aber ich dachte dass ein springer später stehe ich trotzdem dabei ist ernten springer hallo was hast du für tipps das geht ja gar nicht das geht gar nicht den könig könig nene aber ernten geht gar nicht könig her haben schon eine bezeichnung wenigstens springer was ist das denn könig es gibt nur ein feld deswegen hoppy hoppy na springer ist noch nichts verloren weiter kämpfen ist nur ein turm weniger in die beiden bannhausen so dann sage ich mal name zur übermütig wir haben ja ja schon lecks da müssen dahin ja also will ich sagen sonst reißt mit tbg den kopf ab hallo das wird ja als ob die sowieso der hat ja so wahnsinnig viele probleme die dame auf die drei dame wir haben turm weniger vorsicht ja ja keine sorge ich muss mich auch sofort zurück erinnern wie oft du geschimpft hast mit mir ich hatte gehofft dass auf b5 nimmt aber später so ein lauf vorsichtig der gaming ja habe ich auch kurz überlegt der sauerkart schwierig hier ja ist es nicht so schwierig es ist eigentlich eine frage der perspektive merke ich johnny das ist super schwierig null die dame ist angegriffen soll nicht getauscht soll nicht auf das hat er schon gesehen ja ja das hat er ja gesehen außer habe ich ja dame gesagt der muss sie ja ziehen witzig ich will vorher zieht den turm wäre auch mal ein statement oder magst du es gehört damit er habe ich gesagt ja pragmatisch matze du hast gerade das gefällt mir noch lange nichts entschieden hier so pappnasen der braucht ewig dame dies war ich nicht übersehen tbg ich glaube wir können aufgabeknopf drücken nee springer zurück springer komm springer wir sind dran du schlingel was mit schlingeln attacke letzte chance ja sicher dame hat es gesehen das war das war natürlich eine überzeugende vorstellung muss ich sagen den tbg mit dem italiener zu zerstören zusammen mit dem johnny ja toll ja da habe ich leider ein pferd angestellt ja leider das pferd eingestellt und dann gehst du schnell ja das stimmt das stimmt dbg ich wollte ich wollte an der stelle wollte ich dir auch mal gratulieren ganz herzlich dankeschön 100k youtuber dankeschön wahnsinn dankeschön wahnsinn super jetzt ja jetzt drehen wir den spieß um oder johnny ja natürlich jetzt fordere ich mit weiß den gunny heraus ja jetzt kurz erklärung wie ich reinkomme ich gehe jetzt auf dein profil und dann und dann pass auf gleich dann folgst du einfach der partie die gleich auf poppt in meinem bereich ich habe jetzt den gunny herausgefordert er nimmt mich an und meine partie müsste jetzt zu sehen sein in meinem profil sebastian mein lieber danke dir für den sap war natürlich eine geile partie die du eingesendet hast eingesandt hast jetzt wird spannend ihr glaubt doch nicht dass ich hier uns verlieren lassen gehen die beiden packen auf meiner spielstärke so ein bisschen trash talk kannst du auch ne tbg nicht zu knapp im schachpark wärst du eine legend du stricher willst gegen mich gewinnen ja genau so 30 gespieler matthias okay johnny kriegst du es ja ich glaube ich bin da ja ja was heißt glaubt du musst die partie sehen ja ich sehe sie okay der big reeking gunny feels ja jetzt treibe ich gunny in ganz wilde gefilde warum weil ich da lust drauf habe ich habe das gefühl du brauchst das gerade ein bisschen wer gewinnt wir machen noch eine kanal bitte leute ihr macht ihr oh guck mal die betten fast alle für die anderen fünf nur 33 prozent für uns das ist das das holen wir jetzt das holen wir jetzt das ist free da siehst du mal matze was du was du dir für das respekt erkämpft egal was du sagst johnny ich mache auch scheiße gold das weißt du natürlich das beweist dein youtube kanal ich mein der war gut kann das jemand klippen bitte ich weiß warum ich nein geladen habe großer fan übrigens ja sicher klar ich auch von dir ja bauer komm hier fangen wir an fangen wir an nein was denn wie nein so anfangen oder nicht ja na klar wer sagt dann nein bauer oh matze darf ich nein oh nee oh nee oh nee oh nee bauer teamwork okay so machen wir es natürlich na gut mal gucken ob tbg jetzt die okay tbg du langweiler ja was das langweiler hat bauer gesagt was soll ich denn machen ich weiß nicht a3 nehmen wir mal springer spring ging los spring ging los spring ging los was denn bauer springer test bestanden matze sauber test bestanden springer angegriffen zieht dann die figur weg alles klar bauer sagste ja sehr da kommt der bauer sehr sagt er sehr so matze jetzt jetzt bist du mal mit anderer farbe mit deiner komischen gammeleröffnung da meiner gammeleröffnung okay ich sage mal was sagen wir denn die schluss ich sage mal komm mal was wildes gulli springer extrem wild springer stark eine festung bauer bauer solcher strom ich konzentriere mich hier dass wir schnell spielen wenigstens bauer die sechs goldene regel das stimmt überhaupt nicht it's a new day du hast laufer gesagt ich habe laufer gesagt und auch gemeint klasse guter zu ja aber konzentration wir sind in der mainline also matze was hast du gelernt du kennst das besser als ich kuni ich kenne das gar nicht das ist doch die die variante die holger lehmann dir mal zeigen wollte ne ja 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 springer ah der holger war holger schon hier tbg der gute ne ich glaube nicht eine wilde variante mal gehabt ich bin ja nicht da hier der lieblingsfreund im chat das ist ja widerlich nur die ruhe immer gucken ob der letzte zug irgendwas verändert was er verändert ja 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 das gucke ich den rest mache ich macht mich nicht ganz so glücklich wir sind noch in der eröffnung wir müssen ja absolut absolut aber glücklich bin ich trotzdem nicht johnny ich aber auch nicht wir haben genug zeit wir haben ohne ende zeit ja ich sag mal läufer mach gold raus ja locker bleiben locker bleiben bin ich mal sehr gespannt was jetzt kommt oh ich habe gedacht da kommt jetzt die f7 bombe nein das ist ja quatsch was soll das danke dass du es sagst er hat mir eine lange diskussion gemacht tatsächlich ist das theorie läufer f7 glaube ich nicht geht nicht läufer f7 geht nicht ne sieht ja auch völlig schwachsinnig aus oder so ist zwar gefährlich aber wenn schwarz weiß wie er da spielen muss geht das läufer nicht ich meine ich habe es schon mal gesehen aber es ist quatsch ja naja matze stimmt matze mazzarinio muss was sagen machen wir mal mal gucken wir mal ob es funktioniert der tbg ist seit evie aus der theorie raus ne nicht mach mal springer er hat es gesagt springer ich habe gesagt mach mal springer zieh springer und sei ruhig und ich schau mal genau hin schau mal genau hin springer ja jetzt mach springer hast du dir eingeschaltet aus weil er gefesselt ist ja vertrau mir es gibt es hier vertrau mir einfach ja vertrau ihm ein bisschen wir gehen mal aus der Reserve entlocken was für eine Reserve es gibt gute und es gibt schlechte Züge pass auf es geht schnell ich zieh den nicht ich weigere mich ja gut dann lass die Zeit ablaufen dann lass die Zeit ablaufen und wir machen das Ding ins Match Entscheidungsmatch direkt wenn du vertrau mir Bruder war nicht schlecht mal gucken was Sushi dazu sagt so okay Springer Springer sagst du na gut machen wir einen Springer da müssen wir noch mal reden Matze beim Kaffee Matze Ringer ich weigere mich ja ja Bauer jetzt mach mal schön Läufer da muss ich mich wieder hinsetzen oh Guni wir hätten oh wir hätten Bauern gewinnen können und einen schönen Kniller Max es hat D5 gedroht bitte was für ein Bauer was redet der denn da ist er völlig nein von der Rolle ist okay na jetzt wo du es sagst siehst du hätte ich mal ein bisschen hingucken sollen wa so äh König machen wir die Ruchade König in Sicherheit ähm mach mal ja was machen wir denn hier schönes ja ja lass dir Zeit mal zur Renio ja das muss ich jetzt mal reinschauen ich kenne mich in der Theorie tatsächlich gar nicht das ist keine mehr weil du äh Johnny wo läufst du hin wo ist mein Teampartner mein Hund will auf den Balkon und Matze schlage ich auch stehen wow okay okay Johnny lassen wir stehen ich sage mal Bauer ich hab doch seine Freundin da rumlaufen sehen die ganze Zeit Bauer sagst du Bauer ja nichts vorsagen im Chat Läufer ja Läufer okay ähm kannst du jetzt die nächsten Züge auch mitentscheiden damit ne ist doch supi hätte er versucht so ha gar nicht so leicht ich darf nicht so lange nachdenken aber warte mal was macht er denn schönes ja gut den könnte man eigentlich mal mitnehmen U-Turn Matze ja Bauer sehr schön ich glaube egal was Gunny gemacht hat wäre sehr schön gekommen ja ha 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 hat sie mir geh ey du Granate ha 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 oh man guck mal Gunny sie sind jetzt schon hier jetzt haben wir den Hund im Spiel betäubt ja der gute Hund ist ein süßer ja ja du seh du seh okay ich hab gefragt wie er heißt Matilda 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 servus naja da guckt ihr direkt hast gesehen direkt geguckt oha können wir uns erlauben Stafford Arena ist Viertel nach Programm könnt ihr mit ähm ähm äh Rufzeichen Programm aufrufen im Chat ich hab Turm gesagt aber du machst ich hab's nicht gehört ja du bist ja einer Bauer schon wieder Bauer ja machen wir Bauer okay Läufer wieso schon wieder Bauer ja unser König steht immer noch ähm ich sage jetzt mal ja was sagen wir denn schön jetzt ist doch mal Läufer Aua kam das an bei dir? ja ja klasse ich will das Ding jetzt hier gewinnen bei Parknasen ja das ist so supi bin ich auch für zu haben so ist es nicht Turm? ich zweifle doch gar nicht so er sagt Turm achso das ist der Auflösungserscheinungen sind das ja ich glaube auch so fühlt es sich grad noch nicht ganz an so ich hab wieder schöne Ideen Leute haltet euch fest gleich wird's wild ehrlich Bauer Bauer Läufer ich sage mal ich sage mal warte mal ist das nicht schon gut für uns jetzt hier? Dame? ne? hehehe oder übersehe ich was? puh ja der ist doch offensichtlich ja er ist aber ja ich finde ihn nicht schlecht will ich ehrlich ja aber unser König hängt immer noch ja aber ich will ich will das will ich ja eben vorbereiten deswegen ah keine Tipps hier ja ist okay tbg tbg guck mal chat an der an solchen Ausführungen merkt ihr natürlich tbg ich werde dich hier angespannt ist halt ein Siegertyp ne? so du rührt geführt ja klar ist das geil ganz locker bleiben Johnny guck was der Zug macht gar nicht viel ne? ja nö gar nix nö äh Läufer ja was macht er jetzt? schauen wir mal sag mal bei dem Zug schläft mein Hund ein das würde ich sagen sind wir mal ganz unpragmatisch Springer komm das ist schon mal ein Teilerfolg ja Läuferpaar tbg Läuferpaar weiter hier schön mit einem schönen Manöver hier ehrlich war schon mal ein Erfolg machte die bösen bösen Läufer da weg zu knapp knipsen ja der ist zu stark Johnny bist du noch da? ja ja ich bin da ich kann mich nicht ganz entscheiden um ehrlich zu sein Guni haben die beiden nicht gesagt hier von wegen ja ziehen wir Zeit da schlafe ich ein äh Bauern für weniger super super Dame Zeit gewinn mit Zeit gewinn ja wir ziehen unsere Dame wir ziehen die Dame weg es gibt einen schönen Zug also einen den ich ja 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 Matze 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 ich hab grad noch groß geprahlt dass wir mehr Zeit haben habt ihr doch ja ja noch ja schön Guni hm ruhig Blut egal welche Figur du sagst ja wohl ich muss kurz rechnen ja 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 Hand and brain here Hand and brain ja ich glaub mach mal Läufer Läufer sagst du okay dann machen wir mal machen wir den komm na gut Matze 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 Bauer endlich ja ja wir hätten jetzt aber manchmal muss man da auch Levolu danke dir ist natürlich witzig dass ich hier im Chat von einigen auf ein schönes Video von TBG hingewiesen werde das war das erste was ich tatsächlich von dir gesehen habe TBG welches ach das war aus dem legendären Stream Subbattle TBG den wir gegeneinander gemacht haben ja also der Clip der König will rochieren hast du gesagt das war ist legendär ich weiß nicht mehr was denn ja ja du hast dann rum rumgeblägt der König will rochieren ich habe so viel schon gesagt in diesen anderthalb Jahren meine Güse dass das nicht vor Gericht gegen mich schon verwendet wurde ich weiß auch nicht sagst nicht zu laut das kommt noch bei 150.000 reden wir nochmal Johnny ich will von dir eine Figur hören äh Bauer ok endlich wollte ich übrigens als du geführt hast ja ich weiß ich hätte sofort drei machen sollen letztendlich ja ja Läufer den hauen wir raus Matze den hauen wir ganz pragmatisch raus die Wurst ja hier musst du leider die Entscheidung treffen jetzt ja finde ich auch nicht schön bin ich ehrlich egal egal was du sagst alles super am TWG das war das war als Sebastian Jueh der ihn selbst mal korriert hat der Sep D2000 der Sep D2000 genau der Hammerkliff oh Gott hör auf ey die Partie war ja unfassbar apropos unfassbar sag sag mach komm finde ich schwierig ist nicht so schwierig komm ist egal wir haben keine Zeit mehr 1.40 du musst was sagen ja das ist ja geil so guck mal sie werden nervös Kuni ja ich kann man bis hier kann man das merken ich bin überhaupt nicht nervös Dame ja sicher was ist mein Puls mein Puls ist bei Läufer die Internetverbindung ist instabil wo bin ich denn hier wir sind dran ja mach mal Turm netter Trick TWG überhaupt kein Trick ich sage König ja hat er gedacht dass wir auf D4 nehmen ja das hat er gedacht nein aber das hättest du das hättest du hallo ich hör nichts Leute Bauer 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 ich hör nichts weil ihr so rumbölkt ihr beiden da kein Problem ich schrei einfach lauter ähm Wollocks Partie weil die gewinnen wir jetzt Bauer Turm Mann was ist denn das immer mit den Turmen Ja ich habe noch etwas vor bisschen du musst mehr nehmen Pragmatismus Matze wir schnipseln einfach ja okay Na gut. Bauer? 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 Ich kann nur einen Bauern ziehen. Okay, dann ziehen wir den. Turm? Turm? Läufer? Bauer? Der Johnny, ey. Der greift an, wie bescheuert. Einfach nach vorne alles. Ja, sicher. Ja, rein mit den Dingern. Ja, sicher. Bauer? Jetzt schwitzen sie, hörst du es? Hast du gezittert in der Stimme? Natürlich habe ich es gehört, natürlich. Der hat so, Bauer? Das ist keine Aussage, dass nur noch freiwillig gestellt werden. Bauer? Geil, oh mei. Und jetzt denkt Guni nach. Dame? Komm, mach mich stolz. Aber hör mal dich stolz. Wie denn? Nach vorne denken. Geradeaus. Das ist hier nicht 2.600. Schon klar. Zusammengezählt schon. Läufer? König? Wir müssen jetzt schneller spielen, ne? Ja. Aber wir sind die ganze Zeit recht stabil. Bis auf den Damenzug, der ziemlich sinnlos war. Ja, aber Dame ging eh nicht. Das war, egal, ich darf nichts sagen. König? Bitte was? König hat er gesagt, zieh. Ich weigere mich. Sag schon, was du ziehen möchtest, LPG-Johnny, weil er hat nur einen so. Turm. Ich weiß, ich weiß, mach es. Dame? Bauer. Ich kann nur den Bauer ziehen. Oh, warte mal, das sieht ja gar nicht gut aus hier. Oh, warte, das muss... Oh, 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 oh. Ist aus. Quatsch. Komplett aus. Komplett aus. Ja, lass dich mal kurz überlegen. Ist nicht aus, Mats. Lass dich nicht verwirren. Komplett aus. Sag mal, haben wir 1.000 Zuschauer? Ich habe die ganze Zeit 999 hier stehen, Chad. Ich auch. 1.003 habe ich stehen, TBG, 1.003. Okay, cool. Über 1.000 auf Twitch braucht man leider eine Million. Mach mal. Arme. Nein. Arme. Ja, Dame, gesagt, es hört sich zu weigern, du musst damit ziehen. Hat er schon gespielt, wie wir müssen, bevor wir Zeit... Äh, Johnny, du musst auch schon überlegen, was du vorhast, ne? Ja, ja, ich, ich, du weißt, was ich hier vorhabe. Ne. Filt. Was war deine Idee? Da steht TBG. Das gilt es nicht. Ja, ja, jetzt kommt er auch mit zu ihm. Ja, ja. Aber das Ding ist, sie müssen jetzt immer, ne, erst mal jetzt beweisen hier. Oh. Dame. Was war deine Idee des letzten Zuges? Die steht immer noch. Dame. Denk schon mal nach, wir haben nicht viel Zeit. Boah, der brüßt sich. Ich darf nicht fluchen, Dame. Bauer. König. Turm. König. 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 Dame. Ups. Nicht ups, sag was. Er hat doch gezahlt. Dame, 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 Dame. Ups. Boah, ist das eine wilde Stellung. Keine Zeit. Neun, acht. Bauer. Dame. Ja, das kann eine Möglichkeit sein. Gib mal einen Zug. Untertitelung. Das muss er selbst finden. Schach. König. Dame. Die Motten. König. Ach man, ich schlechter Spieler. Doch, geht doch noch. Was will ich denn? Naja. Turm. Bauer. Dame. Was? Tausche doch. Äh. Still. Still. Oh, keine Zeit. Max, sag was. Herrgott. Turm. Sag schon. Die Arme. Yes. Yes. Yes, man. Yes, man. Yes. Dauern damit, damit, damit. Ja, gut, du kannst einfach die Damen tauschen. Ja, ich will aber nicht, ich will Mats setzen und nicht damit, damit. Ich hasse es nicht. Mann, ey, will Mats setzen. Ja, ich habe 15 Sekunden hier und will das pragmatisch runterspielen? Nein. Pragmatisch runterspielen? Und Guni, das kannst du nicht tun. Ja, aber was hast du getan? Das ist doch Wahnwitz damit. Statt G6 zu spielen, die können aufgeben. G6, einfach G6. Aber ganz schwach, Guni, ganz schwach, Guni. Nach F schlicht G5. Dame schlicht G5. Ja. Damentausch ist sofort Feierabend. Du spielst Dame B2 Schach. Und du machst deinen Partner an. Ich glaube, ich spiele. Du und ich mach meinen Partner nicht an. Das ist mein geliebter. Dame B2 ist der einzige Zug, der verliert, glaube ich. Wahrscheinlich. Aber nee. Dame schlicht G5. Dex tauscht die Damen einfach, ne? Ja, aber ist doch okay. Ja, wäre gut gewesen. Oh, Herr, einfach G6 spielen, Matze. G6. Was lässt du denn das öffnen? Du bist doch völlig vom Bild ab. Ich hatte eine schaffliche Idee. Ja, aber da ist, du machst die Haarlinie auf, du machst den Läufer auf. Einfach G6 spielen. Es passiert nichts. Ich habe einen Glückwunsch. Ja, gut, man kann es auch pragmatisch machen. Das gibt es ja gar nicht. Weißt du, ich will das Ding runterspielen. 15 Sekunden will ich schnelle Züge machen. Ja, wir hatten mal drei Minuten mehr, ne? Ja, hatten wir. Hatten wir aber nicht mehr. Ich wollte schnelle Züge machen, weißt du? Hammer. Hammer. Und du willst den Ding mit den Rettvarianten machen. Allein, völlig souverän, ne? Allein. Nein, da ist dir 100k stream gelohnt hier. Hast du einmal geschwitzt? Ich nicht. Ich, oder? Ab wann spielen wir ernst? Ich weiß auch nicht, ne? Der war trotzdem lustig, hat Spaß gemacht. Mega. Ah, heftig geil am Ende. Schön matt Dame im Sieben. Aber schön, dass du Dame gesagt hast. Doch mit sieben Sekunden auf Tour Dame. Matt. Hast du das? Ja, Johnny, Johnny, too strong. Too strong. Johnny spielt vor gut. Ja, klar. Überleg mal, der spielt erst ein paar Monate an Schach. Ja, richtig. Wie lächerlich. Ja, der zählt ein Jahr oder so, ne? Johnny? Wenn du auch. Nee, März. Seit März? Dieses Jahres. Dieses Jahr? Okay. Ja, ja. Das war mein... Gaming, wie lange spielt du schon? Äh, jetzt ungefähr ein Jahr fast. So wie TBG spielt, spielt er auch erst ein Jahr. Ja, gut, also man muss es erstmal schaffen, in der Stellung den einzigen Zug zu fänden, der nicht gewinnt. Ich wollte ihm was Gutes tun, den zwar. Ja, ist voll okay. Ich muss sagen, das war echt ein Riesen-Highlight. Riesen-Highlight. Ja, das war echt. Ja, ja. Äh. Ich muss sagen, das muss man nur flieg.